Hiho und willkommen zurück, meine lieben... Ja, alle Aufträge sind wieder verschwunden. Also ja, hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft zu Battlemages. Ja, das ist irgendwie ärgerlich mit den Missionszielen, dass die einfach mal so random verschwinden. Also, dass die Saves irgendwie corrupted sind, dass die Missionsziele verschwinden. So, aber ich weiß noch, wir müssen uns hier um die Stadt kümmern. Also, die Vorrocks dort vertreiben. Und der Stadt ein bisschen beim Wachsen hilft. Äh, Level Up kann ich gerade noch nicht machen. Wir sind fast da! Wir sind fast da! So, und wir sollen die Vorrocks töten, die hier in der Gegend rumhausieren. Und das wiederum ist nicht so gut. Das war zu spät. Das war mein Bombo. Äh, wir laden gleich nochmal. Ja. Also, ich weiß nicht, was genau man falsch macht, damit die Tagebucheinträge, also die Aufträge, verschwinden. Wir sind fast da! Wir sind fast da! Wir sind fast da! Also, ja, hier hinten waren keine Schweinchen. Wir sind fast da! Ich weiß, da unten in der Nähe des, ähm... Dings waren Schweine. Well, we don't know. Und ja, ich weiß, weil wir die Vorrocks hier platt gemacht haben, haben wir auch die Quest, äh, fertig gekriegt. Okay, und sie gehen jetzt gleich wieder auf meinen Magier los. Okay, das wird jetzt lustig. Woher läuft's dorthin? Äh... Okay, okay. Yohohoho! Das waren schreckliche Bestien, ja, weil sie konnten dem zu unseren Kämpfen nichts entgegensetzen. Mhm. Wir haben den Auftrag ausgeführt. Mal gucken, habt ihr noch was? Die Monster haben die Stadt vielleicht zerstört. Die Gobbys brauchen Hilfe beim Wiederaufbau ihrer Häuser. Okay, das ist kein Problem. Holz und Steine. Wow, we don't know. Sollte auch hinzukriegen sein. Hat die Stadt denn Geld? Hat die Stadt denn Geld? So, die Stadt ist wieder aufgebaut, hat aber immer noch kein Geld. Was? We're almost there. Good. Go where? Fire! Really? Us? Yohohohohoho. Oh? Aha. Good. So, sammeln wir mal die Heidränke ein. We're almost there. Aha. Stecken die? Nein, natürlich nicht. Aha. Okay. We're almost there. Hier oben war nichts. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zur... Well, we don't know. ...Taverne erstmal, um unsere Orcs aufzufüllen und abzureden. Aha. Dann holen wir uns hier aus dem Chaos... ...aus der Chaos-Höhle... ...den Quest-Gegenstand, den die brauchen. Es ist halt gerade sehr schwierig ohne... ...Wir haben sogar die Städte verloren teilweise. Oh, wir sehen gerade, was es hier drüben gibt. Oder wir... Achso, hier sind Vorrocks noch im Weg. Da ist eine Vorrock-Höhle. Äh, da will ich aber gerade nicht hin. Ach, von hier aus geht's schneller. Ist ja hier die Stadt. Die hat aber auch keine Aufträge für uns. Und ja, das hier hinten mit dem Riesen können wir halt nicht abschließen. Hm. Wobei, warte, hier oben ist noch eine Hölle. Und hier sind Schweine. Okay. Hm. Also. Kaufen, aktualisieren. Das war schon mal das erste. So. We're almost there. So. Well, we don't know. Das heißt, wir machen erstmal das. Dann kümmern wir uns hier hinten um die Wölfe und sammeln die Schweine dort hin. Und dann geht's nochmal zu der Riesenhöhle zurück. Weil ich glaube, wir müssen auch mit dem Goblin Ältesten reden. We're almost there. Und den irgendwie dazu überreden, in der Stadt der Obermufti zu werden. Good. Yes? Kill! Go where? Oh, we're almost there. So, das war der Warock. You can't go on without us. You have come to the master. Well, we don't know at all. You're a dead man. Okay, die heilen. I'm here. To victory. Ah, die brauchen noch eine Heilung. I'll smash everyone to pieces. Say the word. Okay, noch eine Heilung für die. Wir haben sogar schon wieder einen verloren. Und ja, ich denke auch mal, wir können alle Ressourcen dann an der ersten Stadt verkaufen. Die wir auch nicht mal mehr hier unten auf der Map sehen. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Ha! Ah! That's all. You're a dead man. Catch this! Fire! Good. Okay, ich kann nicht mal sehen, wie viele Gegner in dem Chaos-Knoten drin sind. Huh? That's all. You're a dead man! Ah, jetzt sehe ich es. Und nicht Chaos-Knoten, sondern Chaos-Gewölbe heißt das Teil. Seht doch, die Steine sind mit Samorunen bedeckt. Seht doch, die Steine sind mit Samorunen bedeckt. Lass mich mal sehen. Sie wurden von Kreaturen des Chaos geschrieben. Hier steht, unsere Aufnahme dieser Welt ist zu Ende. Leider wird die Flamme des Chaos nicht länger über diesen Steinen scheinen. Okay. Well, we don't know. Well, we don't know. We're almost there. Well, we don't know. Fire! Achso, wahrscheinlich das älteste Zepter brauchen wir dann, um den Goblin zu überzeugen. We're almost there. Aha. So, damit wäre das hier auch erledigt. Wir können wieder hierher zurück. Und während wir auf dem Rückmarsch sind, switchen wir hier rüber und steigern unser Wissen einmal. So, wir sind immer noch Lehrling. Sind jetzt aber der Welt... Ja, sechs oder sieben, je nachdem wie man es nimmt. Und... So... Erstmal hätte ich gerne, dass die Zauber effektiver sind. Äh... Jeder Magier unter eurem Befehl für den Mana von Rad 50 weitere Punkte hinzu. Da ich selten Magier, glaube ich, mit ihm haben werde... Nehmen wir lieber den Illusionisten. Also, dass wir Mana sparen, wenn wir... Also, die Chance haben, kein Mana zu verbrauchen, wenn wir... Ja. Gegengift. So... Well, we don't know. Well, we don't know. So, jetzt müssen wir hier die Wölfe kloppen... Und hier die Schweinchen noch retten. Die sind da oben. Also, ja, was nehmen wir als nächstes? Eigentlich wollte ich Kämpferfähigkeit nehmen. Und dann wieder magische Kräfte. Also, ja. Erst das, dann das. Gut.